raus aus den federn und nach den hühnern sehen was stand eigentlich in dem brief ja das war das mit dem magier okay so meine lieben hütchen wie geht es euch denn das klein für mich ja wunderbar schön da ist noch eins eigentlich müsste es auch mal große eier geben aber da habe ich bislang noch nichts gefunden die danach schieben und da rein da und da luna du bist du mal ein bisschen weg ich will ja euch ja hier wieder heu hinstellen erstellen hinlegen heu legt man eigentlich hin ja jetzt habe ich gerade überlegt wo ich denn wie ich denn am besten gieße von wo aus machen wir jetzt einfach mal von hier das geräusch das gefällt mir auch so gut so jetzt noch mal zielübungen voll konzentriert sehr gut so da noch ja ist gut die kann jetzt mal einzeln machen hier hallo da oben ok dann das kann ich doch ernten er siehst du genau das sah so fertig aus kam mir irgendwie bekannt vor ok die jetzt noch ja ich habe schon genug gezielt so ach so der linke maus hast du in diesem fall ok dann haben wir fertig gegossen eben noch dies kann wieder auffüllen und das ding hier kann ich das essen das kann ich essen dann nehme ich mit aber die mayonaise rein da so ok das ist alles so einzel dinge oder oder viele die die meister von ok wir sind gerüstet für die mine und wir haben jetzt ein neues schwert darf das blick gespannt ja die pflanze da oben lasse ich jetzt mal ich habe sie gesehen aber ich lasse mal an es ja ich bin ja wieder verkehrt gelaufen ich wollte ja ja also ich weiß auch nicht irgendwie kann ich mir das nie mehr komisch naja was ist eigentlich mit diesen dingern hier kann ich nicht das soll wohl nicht sein aber mal sehen was es hier noch so gibt mixed seeds ja ok ne lasse ich das auch stehen ich will jetzt in die mine und mir auch nicht das inventar voll kloppen dann ich glaube dir das ist ein krokus doch gewesen oder den kann ich sowieso nicht essen so auf ebene 65 ich freue mich schon auf gold so jetzt will ich das schwert ausprobieren ja dass das templerschwert auch schaden so effektiv finde ich das jetzt auch nicht raffinierten quarts habe gekriegt ok gut aua der ist ja ordentlich angeschlagen so da müssen wir jetzt mit der spitze wieder arbeiten würde alles kaputt kloppen bis wir den abgang gefunden haben naja bislang haben wir ihn noch nicht ich halte mich mal ein bisschen in diese richtung hier aua so aua ah ok aber jetzt sind sie platt ah diese harten steine vielleicht sollte ich wirklich mal eine eine eisenspitzhacke in auftrag geben ja aber wenn ich das mache dann kann ich so lange nicht in die mine gehen oh da haben wir es haben wir es ja schon ja doch wir haben so viel eisen wir sollten das ruhig mal machen ok jetzt brauche ich erst wieder das schwert gegen den schleim hier und das gespenst aber da kann ich mich ja bewegen und ich hätte gerne noch mal einen feuer quarts oh ja und ich sollte was essen ähm ähm essen kann man das auch essen ja aber das gibt viel energie das will ich jetzt lieber mal nicht machen so dann das hier wobei es mir jetzt weniger um die energie geht es ist sondern viel mehr um die um die gesundheit ja so ist das okay da oben scheint nichts zu sein oder erstmal nicht die fliedermäuse halten dann auch so viel aus nee dann sind wir ja schon durch ähm ok gehen wir noch mal den schleim an vielleicht macht ihr ja den weg frei hier leider nicht okay oder müssen uns einfach so durch buddeln und da oben ist ja noch was da ist ja noch ein schleim dann gehen wir auch den an weil ich jetzt weiß ja auch nicht das wird jetzt wirklich besser also den werten nach schon aber ich glaube dass ein bisschen schneller irgendwie naja ich behalte es jetzt einfach mal denn das ist nicht schlecht jetzt kommt da wieder so eine fliedermaus die hat mich erwischt aber ich glaube die fliedermäuse kriegt damit schneller kaputt habe ich da unten eigentlich alles abgegrast ja guck mal da ist doch noch so eine tür da bin ich aber schon gewesen wo ist der abgang auch nicht hat kann ein bisschen so ausgesehen aber nein war dann doch nicht hier vielleicht da vielleicht auch nicht und da auch nicht es ist schon nachmittag und ich bin jetzt auf ebene 66 ja bei den anderen ebenen zuvor also vorgestern oder wann das war da hatten wir auch richtig glück das war doch so eine fliedermaus wieder irgendwo kommt sie an ach da unten ja also ich glaube die fliedermäuse die kriegt damit schneller platt und ich muss was essen sehe ich gerade das hier dann ja genau das war das energie erreiche dann ja so wo ist denn der abgang hier oder ach hier da ja gott sei dank ist jetzt zeit geworden ok gehen wir mal nach rechts ja komm hier los einfach durch ja ab durch die mitte so mit sich war das eigentlich gar nicht guck mal da ist eine leiter ja sehr schön ja das ist doch gut ähm ich muss mir erst den weg hier frei hacken mhm daneben was verfolgst du mich jetzt der schleim wollte mich verfolgen was ist denn das hier amethyst aha ein amethyst realized aha okay dem auch noch schnell aua 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 na ja ging ja noch so dann jetzt hier eben einmal das schwert wieder in die hand so und gleich in die nächste ebene Da kommt gleich noch ein Gespenst an mir. Nö, auf den Schleim habe ich jetzt keine Lust. Hä? Ich fuchtel da wild mit dem Schwer drum, dass ich da mal irgendwas treffe. Naja, irgendwann treffe ich hier was. Diese solare Essenz von den Geistern, die gefällt mir irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wozu die gut ist. Naja, auf jeden Fall muss ich mich jetzt erstmal hier durchhacken. Okay. So, das ist jetzt wieder ein Amenthyst, oder? Ne, das ist was anderes. Ein Topaz. Aha, okay. So, was haben wir da oben? Ah, oh, einen Schleim. Und noch einen. Und eine Fledermaus. Ey, du kriegst mich nicht. Ach, da ist die Fledermaus. Ja doch, mit den Fledermäusen geht das jetzt echt schneller. Da waren auch gleich drei Eisenerze drin. Gut. Halt Schwert wieder in die Hand. Und... Weg von dem Schleim. Autsch, die hat mich doch erwischt. Guck mal, der hat einen Bommel da so, einen gelben. Das ist neu. Tja, dann muss ich mich mit dem doch wohl gleich mal anlegen. Er ist doch an diesem Schleim hier drüben. Ah, der hat noch gelebt. Ey, ich dachte, der wäre schon tot. Na gut. Na gut. Autsch. So, da mache ich eben erst dich platt hier. So, und jetzt dich hier, Eisenerz. Also einen Abgang habe ich jetzt hier leider noch nicht gesehen. Ach ja, da war er der. So, was bist du jetzt für einer? Du willst hier verstecken spielen hier hinter dem Stein, aber das wird dir sowieso nicht gelingen. Aber erstmal muss ich gegen die Fledermaus angehen. Na? Autsch. Aua. Der Blaue, der ist fies. Oh, eine. Oh, Moment. Der war noch gar nicht tot. Ich habe einen Glühring. Emitiert stetiges Licht. Jawohl. Das kann ich doch brauchen in der Höhle. Also hier ist es ja gerade. Oh, da ist noch eine Tasche. Sehr gut. Hier zwar gerade nicht so. Oh, Moment. Bevor ich hier mich mit dem Schleim anlege, will ich was essen. Und. Oh ne, ich esse mal den Fisch hier. So. Dass ich Plätze frei kriege. Ja, der hat was gebracht. Okay. So. Schwert wieder in die Hand. Und. Ja, da warten wir erst noch auf die Fledermaus. Die hat mich sogar noch erwischt. So. Okay. Ja, cool. Ach, und da ist die Leiter. Ach, sehr gut. Ach. Ach. Oh, ist die schon 10 Uhr abends? Oh, ich habe mich da schon wieder viel zu lange aufgeladen. Aua! Ach. 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 Ach, das ist ja mal mal. Ach. Hab's ja einigermaßen gut überstanden. Ist das Inventar? Nein, ist doch nicht voll. Okay. Komm, die Ebene noch. Das müssen wir noch schaffen. Autsch. So wie es aussieht, ja, müssen wir da Schleim platt machen. Na, mal los. Komm, ich hab ein gutes Schwert. Also, das kann doch jetzt nicht so schlimm sein. Äh, nicht so schwierig sein, meine ich. Da kommt schon wieder eine Fledermaus irgendwo an. Da ist sie. Ne, daneben gehauen. Ja, wie jetzt? Ja, daneben nicht. Ist da ein Abgang? Ne. Oh, es ist schon 12 Uhr. Ach, nö. Ach, komm, ey. Ach, nö. Komm, wir werden den Abgang schnell finden. A way down has appeared. Äh, ja, und wo? Bitteschön. Ach, hier? Ja, ich bin da. Okay, was in der Kiste ist, sehen wir. Ach, komm, was sehen wir uns noch an? An Schleuder. Okay. So, gut. Ja. Äh, da, da. Los. Raus hier. Und schnell nach Hause. Offenbarlich schaffe ich das jetzt noch. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ich beeile mich ja so schnell, wie ich kann. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ja, das sollten wir doch hinkriegen, oder? Jetzt nur nicht verlaufen. Aber nee, noch sieht's gut aus. Die Würmer können mich mal. Ja, es ist 10 nach 1, also das geht noch. Wir kommen noch rechtzeitig nach Hause. Sehr gut. Wir sind ja schon bald zu Hause. Und das mit dem Ring finde ich gut hier. Jetzt habe ich immer Licht um mich herum. Ich wollte nämlich immer Fackeln mitnehmen. Äh, in die, in die Mine. Aber das kann ich mir sparen, weil ich da Licht habe. So, und ab ins Bett. Nach diesem ereignisreichen Tag. Boah, gut geschafft. Oh. Hm. Will ich Kämpfer oder, oder Scout werden? Ähm, Scout ist Kundschafter, glaube ich. Also, was gibt's denn da? All-Attack, Steel, Temperament, More, Damage. Also 10% mehr Schaden. Plus 15 HP. Oder, äh, Chance auf einen kritischen Treffer. Erhöht um 50%. Ah, ich glaube, ich will lieber das hier haben. Ähm, plus 15 HP. Ja, doch, das gefällt mir besser. Ja, unsere Einnahmen waren jetzt, äh, nicht so großartig. Aber ist egal. Dafür haben wir jetzt, ähm, wieder fünf weitere Level in der, in der...